Was geht YouTube und herzlich willkommen zur zweiten Episode Deutschland sucht den Super Ninja aka DSDSN Leute Kurze Erklärung für die Leute die Serie noch nicht kennen Ich guck mir jetzt Clips an, die habt ihr mir per Mail geschickt Leute wir haben so viele Mails, wir haben 1400 Mails an ScorpionFortnite at Webday Das heißt wenn du deinen Clip einsenden willst als YouTube Link Da komm auf jeden Fall auf ScorpionFortnite at Webday und schick deine Mail rüber Ja ich hab so viel bekommen, wir werden uns heute genüsslich Clips anschauen können Und am Ende entscheide ich dann welches für mich der Favoriten Clip war Und derjenige hat dann gewonnen und ist Deutschlands Super Ninja Bis zur nächsten Episode, ganz einfaches Prinzip Kommentar des Tages wird jetzt hier eingeblendet Wenn du mal Kommentar des Tages werden möchtest, dann schreib einfach einen Kommentar Lustig, nett, irgendwas in die Richtung und dann kannst du Kommentar des Tages werden So und ich würde sagen wir schnacken jetzt gar nicht lange rum Wir gucken uns jetzt mal an was ihr mir geschickt habt Was ihr mir so für geile Clips geschickt habt hoffentlich Und ja ich hab alles schon perfekt eingestellt Let's go Fangen wir mal ganz gechillt an, 243 Meter Sniper Schuss Okay, gucken wir uns den einfach mal an Okay gute Qualität schon mal, perfekt, da freue ich mich schon mal drüber Es leben noch zwei weitere und er hat schon sechs Clips, eine solide Runde von ihm Und jetzt packt er hier die 243 Meter Sniper aus Ist jetzt nicht der übelste Clip, außer er macht den jetzt auch noch lang Oh Gott, ich würde sagen es war, es war ein guter Anfang Ich weiß viele sagen manchmal so, ja Marcel, du sagst du manche Clips, dass die nicht so krass sind Obwohl du sie selber nicht hinbekommst Na, ich würde auf die Gameplays in der nächsten Zeit warten Leute Ich würde sagen, ich habe mich schon ein bisschen gesteigert Können auch die Videos abschicken, egal Nein Spaß Leute, also es gibt natürlich Sachen, die kriege ich auf keinen Fall hin So Backflip NoScope, 27 Meter Okay, das klingt auch schon mal nicht schlecht Da schauen wir doch auch mal direkt rein So, Qualität ist auch wieder gut Ey, das kriegt ihr gut hin Leute Da muss ich mich schon mal für bedanken So, okay Oh, komm nochmal, jetzt Oh, ich liebe solche Clips, Alter Vor allem jetzt haben wir Deutsche, das ist das Beste Die reden dann auch immer darüber Besser geht es nicht Aber das war heftig Nochmal, komm Oh, das ist nicht schlecht, Alter Nicht schlecht, okay War auf jeden Fall ein stabiler Clip hier Ist ein guter Anfang Fortnite Squad zerstört Na gut, gucken wir doch da mal rein, Leute Easy XP Boah, das ist perfekt, das Prinzip Ich habe das perfekt gemacht Ich freue mich gerade so über die Serie Okay, die kommen alle die Treppe runter Zwei hat er, zwei Headshot Drei Boah, das ist schon ein geiler Clip, ey Und den nochmal Oh, heftig Warte mal, das müssen wir nochmal Das Atmen brauchen wir nochmal Das ist ganz schön schwierig Also ihr habt so viel geschickt, Leute Also ihr müsst natürlich auch ein bisschen Glück haben Wann ich aufnehme und so Dass ihr dann eine gute Chance habt Ich kann mir natürlich nicht immer alle Clips anschauen Aber der hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen So, DS, DS, N Okay 200 Meter Kill ohne den Gegner zu sehen Okay Das gucken wir uns auch mal an Ohne den Gegner zu sehen Boah, 105 105 pusht jemand hoch 105 pusht jemand hoch, sagst du? Bist du dir da sicher? Oh mein Gott 227 War nice Aber War nice Aber Deutschlands nächster Super Ninja bist du heute leider nicht Nein, schwarz Nein, schwarz Ähm, Fortnite Funny Moment Ich will nichts verraten, aber der Clip ist echt zu lustig Na gut, hab ich gesagt Übrigens, Leute, wie gesagt, ihr könnt nur mit YouTube Link mitmachen Also nicht irgendwie eine Datei zum Runterladen schicken Sondern nur einen YouTube Link Nicht gelistet am besten So wie das hier Das ist der perfekte hier Nein, ich geh nicht Na, was kommt? Okay, die quälen hier natürlich Es fehlt noch einer Oh Gott, der Arme Oh nein Ich bin hinter ihm, Digga Er bringt sich jetzt bestimmt selber um Entschuldet sich selber Nein, wie geil ist das denn? Ich hab mir irgendwie geschossen Ey, den müsste halt eigentlich Dann müsste zu BCC Trolling Alter, wie geil Guck mal, er hat so keine Ahnung Er hat keine Hände Er weiß nicht, was er machen soll Und killt sich selber Entschuldet sich selber Er hat die Granaten gegen mich geschossen Ey, das ist echt gut, Mann Ohne Witz Den fand ich richtig gut Ich müsste natürlich auch lustige Clips schicken Das heißt, es können nicht nur Beast Clips gewinnen Super Ninja ist einfach nur eine Umschreibung Weil es damals von Super Ustasa kam Der hier kam jetzt ohne Erklärung Was hat er gesagt? Nicht zum Telfen Was zum Telfen? Nie im Leben Boah, aber zu heftig Gucken wir uns das mal an Boah Was? No way Was zum Telfen? Es war schon nice, ne? Es war schon nice Auf jeden Fall How to win a game Okay No scope him Ja Alter, das gibt immer Kennt ihr das? Es gibt in der PSN Party Oder in Skype Oder TeamSpeak Immer diesen einen Typen Diese Audioqualität Oh Mann, Alter Schnellster PS4 Builder Na gut Dann zeig mir mal her Wie schnell du bilden kannst Mein Freund Okay Er hat ihn erstmal gefaked Bildet da vorne Das heißt, er denkt Der kommt von vorne Wahrscheinlich immer noch Alter, wie die hier bauen Alter, das auf Play Sie ist schon nicht schlecht Digga Boah, das geht ja richtig schnell hier Okay Er baut sich jetzt hier ein Hat sich hier die Treppe offen gelassen Baut sich noch Treppen Okay, Leute Also dazu bin ich eindeutig Noch nicht schnell genug Boah, Alter Ist das ein Duell, Mann Da hat er den ersten Hinterter gegeben Ist er runtergefallen? Ja, okay Hat den Kill dadurch bekommen Boah, das war ein heftiger Clip Also hat den Kill dann nicht Als in der Statistik bekommen Aber hat ihn halt gekillt quasi Heavy, Alter Okay Das war nice gebaut Auf jeden Fall, Mann Auf jeden Fall Der Arme Das klingt schon mal gut Das klingt Das klingt sehr gut Er hat schon 13 Punkte Gefährt Das hat er richtig gut gemacht Er hat ihn erst angelockt Und dann gesniped Nicht schlecht Easy 1v4 Shotgun Klatsch Für den Win Gönnung Na gut Dann gönnen wir uns das doch mal Okay Eins Ne Jetzt hat er schon Den ersten geholt Boah Zwei hat er Dass die letzten bleiben Drei Das war sehr well played Muss ich sagen Sehr well played Sehr schöner Aim da Holy shit Alter, das war richtig heftig Vor allem geile Qualität Besser kann ich es mir nicht wünschen Als das Und das Video geht auch nur drei Stunden Das gucken wir uns nochmal komplett an In diesem Video War richtig nice Oh Dem hat er heftig gegeben Leute Er zieht nur so rüber Und zack War nicht schlecht 272 Meter Insane Snipe Oh ja war nice Auf jeden Fall War nice Danke dass du mir Sachen eingeschickt hast Bruder Vielen Dank Okay Er schreibt Deutscher TSN Myth Okay Dann zeig mal warum du der Deutsche Myth bist Zur Erklärung Myth Einer der besten Spieler Weil er halt auch so überkrank bauen kann Okay Jetzt holen wir uns mal an hier Okay Also Der Schuss war sehr schön Boah krass alter Alter wie man so schnell So zack 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 Mit der Tastatur Will ich damit so nicht klarkommen Am PC ist dieses Bauen schon krank Das ist schon ein bisschen heftiger noch als auf Konsole Aber ich bin trotzdem Konsolenspieler Und ich liebe es irgendwie mehr Keine Ahnung Okay Also Zack Was für ein intensiver Gunfight ist das Eigentlich finde ich es richtig geil wie er gerade spielt Ich finde es richtig faszinierend irgendwie Klar sich selber Myth zu nennen Ist ein bisschen heftig so Aber Wenn er den Gunfight jetzt holt Digga das ist ja heftig Was passiert da Wie lange dauert das man Das ist ja echt zu heftig Digga Okay komm Jetzt langsam ist es aber mal Zeit den Gunfight zu gewinnen Alter was haben die sich da für eine Konstruktion gebaut Mann Er schießt schon mal die Hälfte kaputt mit dem Rocket Launcher Okay Ja guck dir mal was gerade neu gebaut wird Das ist schon schlau Okay Wie viele Gegner sind da jetzt noch ist die Frage Einer oder zwei Also ich glaube mehr als einer oder Oh Gott Alter Das ist ja so Ich krieg gleich einen Anfall Leute Das ist mir zu schnell Mann Was haben die sich da errichtet in diesen paar Sekunden Und der hat Und seine einzige Reaktion Das war schon heftig Es war heftig Digga Das war richtig heftig Muss man ihm ehrlich mal lassen Leute Das war richtig heftig Elf Mann Feed und andere geile Clips Acht Kills in zwei Minuten Elf Mann Feed Also wenn das jetzt real shit ist Das will ich sehen jetzt Okay Er geht da jetzt rüber zu den allen Das sind alle Gegner Okay Zauber Ein Zwei Aber die fehlen wir es Ach das ist ein Granat Du bist doch bei Einer Direkt bei Einer hinter dir hinter dir hinter Nee das ist der War das dieses ganz alte Das war dieses alte 50 gegen 50 Kann das kann sein Ja stimmt Da gab es auch noch andere Sachen Das müssen relativ alter Clips sein Da unten sah man auch mal bei Einer Ja im Dezember nicht Okay Okay das ist schon heavy was er mit denen macht Oh mein Gott Ich hab Gott auch gleich von den gelt Pass auf die kommt da einer zu Wenn sie Pass auf die Ich rappte die ja komplett alter Alter was vor ist Gott Ich hab alle gemacht Alle was da gewesen Alle gemacht Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Oh Zone 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 Ja stimmt Jetzt holt er wahrscheinlich nochmal die anderen Das war noch nicht Das geht auf den Killcounter Das geht auf den Killcounter Ja holt nochmal zwei Nochmal drei wahrscheinlich sogar Boah Digga der Kipp ist heavy Am Ende ist es nochmal richtig heavy Oh mein Gott Alter Was ist das Was hat er grad mit denen gemacht Warte Warte Ich weiß ja nicht wie viele Killcounter insgesamt hat Ich seh's leider nicht Das war auf jeden Fall nice Okay Leute Mein Gewinner steht fest Und zwar ist es der Selbstmord Des letzten Gegners Von diesem Squad Weil ich zu lustig finde Wie die Granate Neben ihm liegt Es können lustige Clips sein Es können Beast Clips sein Er hat für mich heute gewonnen Und guck euch jetzt bitte an Also sein Kanal heißt M Silas M Und genießt einfach Wie der Typ es nicht schafft Und wie er überfordert ist Und sich selber in die Luft sprengt Ich finde es einfach geil Ich finde es einfach geil Leute Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Video wieder Haut rein Bis zum nächsten Mal Schickt mir eure Clips ein Und ciao ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss